Hallo meine Freunde, Willkommen zum 55. Part. FIFA 13 Karrieremodus und hier gibt's was zu lesen. Wie kann ich das lesen? FC Bayern gewinnt Bundesliga-Titel. Ich hab's auch geschafft. Bundesliga ist zu Ende, das war das letzte Spiel gestern. Nürnberg war's glaube ich. I don't know, I don't know. Ich geh mal auf den Desktop kurz gucken. Ne, Borussia Mönchengladbach war's. Aber ich hab gewonnen. Und er zählt. Und ich bin Deutscher Meister. Deutscher Meister. Und jetzt holen wir dem doofmundan den Pokal gleich noch weg. Weg mit dem Aufleidergerät und nächste Partie. Warum muss mein Kader angepasst werden? Why? Robben! Hat noch ohne bekommen im letzten Spiel, verdammte Kacke. Shakiri wird jetzt im Zug kommen. Und für Robben kommt's. Und für Robben kommt's. Hm. Ähm. Weiser. Wir nehmen mal den. Wir nehmen mal den. Das sind zwar da neue da. Also so junge. Aber egal. Hab eine Nachricht in LOL bekommen. Okay, okay, okay. Also gut. Nächste Partie. Deutscher Pokal. Finale. Oh. Finale. Oh. Ah. Borussia Dortmund. Vor einigen Tagen muss ich ja gegen Dortmund spielen. Und da hab ich ein Ragequid gemacht. Perisic und Bittenkulz sind verletzt. Die letzten drei Spieler haben sie gewonnen. Ah, das ist schlecht. Ich nämlich nicht. Ich nämlich nicht. Ah, okay. Sie haben ja Jovetic vorne. Den haben sie einfach mal bekommen, die Doofmunter. Ist ja auch in, äh, in Real Life ein ziemlich, ähm, gefragter Spieler. Wie zum Beispiel, ja, wer ist ja auch noch ziemlich gefragt im Moment? Bale, Cavani, Suarez. Aber egal. Ich hab meine FIFA Musik an. Aber ich fang nochmal mit dem Lied Can't Hold Us neu an. Oder... Nehme den League of Legends Theme Song als erstes. Okay. FC Bayern Standard. Offensiv. Ich geh mal auf Offensiv statt sehr offensiv. Leitner ist da. Löwe. Was ist denn das? Okay. Gündogan, das ist klar, dass er da ist. So. Ja, wir haben jetzt, äh, für oben den, äh, Jardin Shakiri. Ja, mein John, den, äh, Jardin. Pass in die Mitte zu Manchukic. Leider den Ball nicht sauber genug. Angenommen. Jetzt Dante schießt Kompanie an. Aber Jovetic gibt sich gar nicht erst die Mühe an diesen Ball zu gehen. Jetzt wieder Bayern mit Philipp Lahm. Och, viel Pass Lahm. Jetzt fehlt er natürlich hinten und es braucht ihn hinten, den Lahm. Leitner, Bender. Ah, Leitner, das ist doch der Kapitän, oder? Der, der, der verletzt war so lange Zeit. Egal, Manchukic, Götze, 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 Götze! Götze, Mario Götze! Der Judas hat ein Tor gemacht gegen seinen verfickten Scheiß-Ex-Verein! Mario, 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 Mario Götze! Golaso, Golaso, Golaso! Hebe dem Alkohol! Mh, hm, hm! Jawohl! Das ist es, das ist es Jungs. In Führung gehen gegen Dortmund ist immer gut. Aber jetzt wird sie kommen. Ja, Leitner. Ah, Schweini, passt auf. Ich spiele immer noch auf Profi. Also ich habe den Schwierigkeitsgrad nicht geändert. Und ja... Vielleicht haben sie Schiss wie im Champions League-Finale. Da wussten sie ja auch, dass sie verlieren werden. Da wussten sie es ja auch. Dann müssten sie es jetzt auch wissen. Jetzt, Benzema. Manchukic. Das ist bestimmt schon wieder, Götze. Oh, Götze. Freistoß, ja. Sehr schön. Soll ich mit Shaqiri schießen? Oder Benzema? Wie viel FV hat Benzema? 85. Repariert 88. Machen wir es mit Ribéry. Zu wenig Kraft. Schade. Aber jetzt, Shaqiri, du darfst die Ecke machen. Und die kommt gut. Da sie im Manchukic. Auf beiden Fälle. Mit einer wunderschönen Parade. Nochmal, Shaqiri. Jetzt wird Dante gesucht, aber der gewinnt das Kopfballdor nicht. Aber jetzt, Ribéry. Dante. Kann sie leider nicht durchsetzen. Beziehungsweise hat die Orientierung verloren. Oh, aber jetzt Jordi Alba gegen Großkreuz. Alba gewinnt stark. Das ist gut. Götze. Oh, Götze kommt. Oh, nochmal. Freistoß. Okay. Ja, gut. Es ist auch ein Foul gewesen. So, Shaqiri. Oh. Wieder. Abgelenkt. Da passt die Verteidigung gut auf, da. Jetzt Ecke, Shaqiri. Oh. 2 zu 0. Bastian Schweinsteiger. 17 Minuten. Was ist denn los da mit Dortmund? Was ist da los mit den Weibern? Was ist da los mit den Weibern? Ah. I'm gonna rape you, bitches. Oh yeah. I'm gonna rape you. League of Legends. Theme Song for the fucking win. Oh. Du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du. Sie haben noch kein Schuss aufs Tor abgeliefert und sind noch nie, ja, soweit wie jetzt gekommen mit Ballbesitz, geschweige denn in den Strafraum und mit Ballbesitz werden sie auch nicht in den Strafraum kommen, weil jetzt hier Fehlpass vom Torschützen zum 2-0, jetzt sind sie mit Ballbesitz im Strafraum. Gündogan, Gündogan, Manuel Neuer, jetzt Großkreuz. Aber Company kann klären jetzt, Ribery, Götze, Shaqiri, Götze, Benzema, ach, schade. Zu wenig. Pfupf, dahinter beim Ball von Götze. Oh, jetzt Kevin Großkreuz geht auf Neuer zu. Was ist denn das Neuer, Mann? Wie der Manuel Neuer, der verdammte Kacke da macht. Ist Ryd Kajek? Und er läuft einfach mal zurück. Er läuft einfach mal zurück. Hey Neuer, du bist ohne Scheiße der dümmste Torwart auf der Welt. Zum Glück ist der Karriere-Modus bald zu Ende und ich muss Neuer nicht mehr spielen. Also ich liebe zwar den FC Bayern, bin ja auch ein Vollblut Bayern-Fan, aber der Neuer, also was der für ein Scheißdreck macht in dem Spiel. Aber jetzt Mann, Schukic. Schmelzer. Leitner. Shaqiri, geht ihm nicht mit helfen. Moritz Leitner. Oh, 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 Jovetic. Wo ist denn Lewandowski? Der ist gar nicht da irgendwie. Jovetic hat ihn verdrängt. Da könnt ihr ihm ja geben, statt so ein Theater zu machen da. Wie in Real Life. Könnt ihr ihn ja einfach geben. Gut, in Real Life haben sie auch keinen Stefan Jovetic. So, Lahm. Shaqiri. Götze. Komm, mach das zweite Tor da. Götze, oh. Wird vom Ball getrennt. Und dann, ja, Dante gibt sich gar nicht erst die Mühe, zum Kopfball zu gehen. Aber hier holt er sich den Ball. Naja, jetzt hat er ihn. Ribery. Schweini. Götze. Schöner Pass zum Manchukic. Manchukic, Götze. Ja, das war ein bisschen eine schwierige Position für einen Kopfball. Shaqiri. So, wieder Götze. Jetzt mit dem Schuss. Zwei Meter daneben. Aber jetzt. Drift Shop, bitches. Benzema, hol ihn dir, hol ihn dir, hol ihn dir, Benzema. Schade. Dafür hol ihn sich Ribery gegen Benzema. Jawohl. Jetzt. Götze. Zack. Oh. Der wurde aber noch knapp, du. Der wurde noch knapp, du. Heiliger Schessentreck, du. So, jetzt Benzema. Hol ihn dir, Shaq. Shaq Attack. Ja, ist auch, komm, ah, schade. Schmelze. Ah, jetzt ist er, nee, der Ball bleibt trotzdem bei den Doofen und dann aber jetzt, Shaqiri. Komm schon, hol dir, hol dir endlich den verfickten Ball. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey. Bayern-Spieler. Jetzt Leitner. Keine Chance da hinten. Beziehungsweise da vorne für ihn. Aber jetzt Bayern-München. Oh, warum da? Ich wollte doch nicht da. Ich wollte zu Manchukic. Oh, come on. Oh, come on. Jovetic gegen Lahm. Ja, natürlich gewinnt Lahm. Jetzt Löwe, Flanke zu Leitner. Verliert jetzt Jovetic mit dem Kopfball. Was macht Neuer wieder da? Er patzt natürlich wieder. Jo, Alba, weg mit dem Ding. Was ist jetzt? Halbzeit schon. Okay. 2 zu 1 steht es für den FC Bayern München. Dortmund hat gedrückt gegen Ende. Sie haben gedrückt gegen Ende. Das ist, ähm, das beunruhigt mich, ehrlich gesagt. Das, äh, beunruhigen mich, ehrlich gesagt. Komm an. Hol das Bällchen. Hol da das verdammte Bällchen. Ah, Dante. So, Benzema. Mann, du Kitsch. Es muss halt schneller gehen mit dem Kontern. Jetzt Götze. Mann, du Kitsch. Da, Ribery. Sehr schön. Und gleich rein. Oh! Da hat er einfach mal einen Fallrückzieher gemacht. Lol. So, Ribery, da wird, wer weggesucht. Benzema. Oh, auf der Linie wird geklärt. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Da klärt er auf der Linie, der Spieler noch. Das wäre 3-1 gewesen. Oh, Schweini, komm. Oh. Da macht's halt Alba. Komm, der ist er. Der hast noch. Jawohl. Ribery. Götze. Shaqiri. Schlechter Pass. Sehr schlechter Pass von Shaqiri. Ich muss Konter machen. Auf Konter müssen wir jetzt gehen. Und nicht mehr offensiv. Ausgeglichen jetzt. Oh, Mann. Immer diese Fehlpässe. Dafür habe ich ein geiles zentral-offensives Mittelfeld, das die Bälle immer holt. Oh, Benzema. Nein, gegen zwei nicht probieren. Besser nicht. Shaqiri. Mandzukic. Oh, oh, oh. Warum da zu Götze? Oh, Ribery. Warum denn zu Benzema? Warum hat Benzema eigentlich zu Ribery gespielt? Ich habe eigentlich zu Shaqiri gezielt. Aber ja. Die Spieler müssen ja eigentlich gar nicht das machen, was ich mit dem Controller hier befehle. Das ist irrelevant, was ich da machen will. Die Spieler machen ihr Ding. Scheißegal, was der sagt, der im Controller ist und die Scheiße labert. Oh, Kompanie. Hol doch den verfickten Ball. Ja, geht doch. So, jetzt muss es schnell gehen, Leute. Es muss jetzt schnell gehen. Es muss einfach schnell gehen. Schmelzer gegen Mandzukic. Es ist klar, dass Schmelzer gewinnt. Moment, Benzema. Hol ihn dir. Scheiß Bänder. Come on. Oh, komm. Wer ist das Schweini? Rennt den doch mal vom Ball. Sehr schön, Lahm. So, Shaqiri. Plötzlich auf links. Statt auf rechts. Wir haben die 65. Minute. Ich muss wechseln. Gleich Dreimal. Dante, Lahm. Die müssen drinnen bleiben. Götze kommt raus. Da bringe ich mal Müller. Weiser bringe ich für Shaqiri. Und wen nehme ich noch raus? Schweini nicht. Ribery. Ribery. Da bringe ich Holpi. Jetzt kommt das schwere Geschütz. Oh, Benzema. Durchrennen. Komm, komm, komm. Für Ribery. Jetzt. Flanke und Tor. Mandzukic. Flanke und Tor. Flanke und Tor. Flanke und Tor. Flanke und Tor. Wunderschön. Mario Mandzukic. Golasso. 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 3-1. Yeah. Mmh. Ein echter wahrer Held. So. Shaq Attack. Ribery und Götze raus. Ribery verabschiedet sich mit einem Assist. Warum nicht? So, weiter jetzt. Come on. Benzema. Komm, setz dich durch, Benzema. Hat nicht. Holpi. Mandzukic. Müller. FW-Schuss. An's Lackenkreuz. Ach, du heilige Scheiße. Erste Ballberührung und Tor. Das wäre es jetzt gewesen. So, Holpi. Benzema. Müller. Mandzukic. Weiser. Lahm. Müller. Mandzukic. Benzema hat hier am meisten Tor, oder? Dann mach das Ding. Benzema muss ein Tor machen, damit er Torschützenkönig wird. Sonst ist es Idrisou. Und es ist nicht gut, wenn es Idrisou ist. Benzema. Eqbal. Es wird gewechselt. Marco Reus kommt rein. Jobetitsch raus. Ja, Reus mittlerweile nur noch Ersatz. Also, Manchukit wieder gesucht, aber nicht gefunden. Aber jetzt Benzema. FW-Schuss und wieder Eqbal. Mann, Mann, Mann. Und wieder ein Wechsel. Wer geht dieses Mal raus bei Dortmund? Wer geht raus? Oh, wer geht raus? Santana kommt rein und Hummels geht raus. Und Weiser mit der Ecke. Richtung Kompany. Vincent Kompany. 4-1. Das Ding ist geritzt. Weiser mit einem Assist. Sehr schöne Ecke. Sehr schöne Ecke. Auf Richtung zweiten Pfosten. Wo der große Vincent Kompany steht. Und da steht es 4-1. Das ist die Revanche für die Meisterschaft. Ihr dummen Klötze. Ihr blöden Binemayas. Schwarz, weißt du. Ihr blöden Binemayas. Borussia Doofmund ist geschlagen. In der Meisterschaft. Rang 2. Im Pokal. Rang 2. Und in die Champions League. In der Champions League. Wenn sie auch keinen Titel holen. Da würde auch ich den holen. Aber die Champions League. Werde ich natürlich nicht aufnehmen hier. Weil wenn die Meisterschaft dann zu Ende ist. Dann ist auch das Let's Play zu Ende. Und das wird wahrscheinlich nach diesem Spiel hier sein. Von daher denke ich mal. Wird das der letzte Spiel sein. Von der FIFA 3-10. Und komm. Wir machen noch das 5-1. So. Benzema. Man, Schukic. Der ist nicht mal so schnell auf dem Bein. Nachhalt Müller. Schade. Wollte ihn direkt weiterleiten. Also wenn Müller den Ball gehabt hätte. Oh. Moritz Leitner. Ben da. Oh. Eine sehr schöne Abwehr von Vincent Kompany. Der muss man des Spiels werden hier. Und noch ein Wechsel bei Dortmund. Bringt zwar eh nichts mehr. Aber. Schäß drauf. Schäß drauf. Weck gucken auf alles. Weck gucken auf alles. Yeah. Schieber kommt rein. Und Leitner kommt raus. Weißt du. Sie haben kein Götze mehr. Aber. Dafür. Lewandowski und Reus auf der Bank. Weil. Anneli Lewandowski ist gar nicht mehr da. Da ist. Ist er zu AS Roma gewechselt. Stimmt ja. So. Jetzt. Man, Schukic. Weggesucht. Benzema. Weiser. Erstes Spiel für ihn. Im Pokalfinale. Generell das erste Spiel. Schon ein Assist. Kommt noch ein Tor dazu? Nein. Gut. Vielleicht kommt ja noch eins. Wir haben die 87. Minute. Komm schon. Müller. Hol ihn dir. Das ist Musik. Mein Freund. Jawohl. Company. Und jetzt auch Dante mit einer sensationellen Abwehr. Benzema. Man, Schukic. Hol ihn dir. Hol ihn dir. Was ist denn jetzt ein Foul oder was? Alter Finne. Das ist doch kein Foul, du. Das ist doch kein Foul, du. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Hey. Hol das Bällchen, Alba. Zack. 90. Minute. Theoretisch könnte man abpfeifen, aber ich will jetzt hier nur das 5-1 machen. Keine Gnade. Gibt noch einen Freistoß. Ja, ja. Man muss einen Freistoß geben. Holdby. Lahm. Schweini. Zack. Fast noch ein 5-1 zu. Alter Finne. Alter Finne. So. Kommt da Benzema. Nein. Dante. Benzema. Nein. Da steht der eigene Spieler noch im Weg. Gibt's doch nicht. Und Schweini hat sich verletzt. Keine Arschdauer mehr. Und jetzt ist dann zu Ende. Ja, jetzt ist das Spiel zu Ende. Bayern München ist Pokal-Sieger 2012-2013. We are the champion, my friends. Hornschuh. Was wirst denn du für einer? Hornschuh. Yeah. Da ist der Held. Da ist der Held. Karim Benzema. Mann der Saison. Spieler der Saison. Spieler des Jahres. Ballon droht für Karim Benzema in dieser Saison. Jawohl. Wir haben's. Das Double. Mann, du gibst Schmann des Spiels. Das ist es. Das ist es. Kompany eine 8-1. Shakira hat trotzdem eine 8-8 bekommen. Deutscher Pokal. Keine Spiele vorhanden. Deutscher Pokal. Sieger. FC. Bayern. München. Oh yeah, Bitches. Oh yeah, Bitches. Oh yeah. Can't hold us. Läuft gerade. Und ich bin gerade voll in Stimmung. Yeah. Borussia Dortmund hat all seine Spiele 2 zu 0 gewonnen, aber dann im Finale. So, Sperre abgelaufen. Arjen Robben. Ja, ja, ja. Turnierpreisgeld. 13 Millionen, weil ich was gewonnen habe. Keine Ahnung. Und hier nochmal was. 1,5 Millionen für den deutschen Pokal. 13 Millionen für die Bundesliga. Alter Falter. Spieler. FC Bayern zum Meister gekrönt. Deutscher Pokal. FC Bayern hat nach einer engen Partie gegen Borussia Dortmund den Pokal gewonnen. Dieser Sieg ist für alle unsere Fans, aber auch für das Team, das gut gespielt hat und heute einfach besser als der Gegner war. So der überglückliche Manager. Ja. Goldener Schuh. Manchukic treffsicher. Die 27 Tore von Manchukic in der Bundesliga haben gereicht, um den goldenen Schuh zu gewinnen. Spieler des Turniers im... Ja, zum deutscher Pokalspieler wurde auch Manchukic. Okay. Ja. Transferperiode endet. Was? Klar war es schon da. Ja, die Saison ist zu Ende, Leute. Die Saison ist zu Ende. Heute ist die letzte Möglichkeit, den Kader des Nationalteams Deutschlands. Ja, nee. Nee. Was ist denn das für ein Scheiß? Ich will nicht. Die 11 dieser Woche. Schöne. Bokka. Oh, nee. Ausklappen. Schöne. 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 Schweinsteiger. Und Manchukic von Bayern. Kein Benzema. Okay. Transferperiode endet. Ja, tolle Transferperiode. Deutscher Pokal. Robert McKenna. Ein Mann für die Zukunft, oder was? Oh Gott. Äh. Naja. Gehen wir mal weiter. Aber ich denke, das Let's Play sitzt eigentlich zu Ende. Fußballverband Spannend gibt Konföderationspokalmannschaft preis. Niederlande auch. Okay. Boah, gleich viele Punkte wie Dortmund hatte ich. Alter Schwede. Für Einsatz im Nationalteam abgesperrte Spieler. Ja, ja. Das war ganz knapp in der Bundesliga, du. Was ist das? Der 1. Juni. Auslaufende Spielerverträge. Pizarro Riedmüller. Ah, das macht nix. Ich will mal schauen, wie es weitergeht. Bis wann und so. Das ist der 1. Juni. Monatsbericht Jugendmannschaft. Bis es jetzt auch noch machen. Okay. Machen wir das noch. Keiner 16. Potential 79. Also bitte. Tschüssi. Ogogo. 90 bis 94, du. Heilige Scheiße. Ja, die lassen wir mal, du. Weiter, du. Ich will jetzt sehen, was passiert und so. Kaiserslautenspiel irgendwie die ganze Zeit. Ah, wahrscheinlich A gegen Eintracht Frankfurt. Relegationsspiele. Relegationsspiele. Auslaufende Spielerverträge. Ja. Sortieren. Ein Monat noch. Okay, machen wir nochmal drei Jahre. Riedmüller. 4.000 pro Woche. 4.000 pro Woche bekommt so einer. Weißt du? Der nie spielt und keine Ahnung. Bin ich halt bei seinem Tor. Und der bekommt 4.000 in der Woche. 4.000. 4.000. Und ich? Bekomme im Monat 680. 1.000. Ne. Naja, also 4.000 pro Woche für einen, der nie spielt. Das ist... Hei, hei, hei. Das ist eine Vertragsverlängerung hier. Eigentlich, dass unsere Ansprüchen genügt. Und du? Ja, für dich sowieso 4.000 die Woche. Würde ich auch sofort annehmen. Würde ich auch sofort annehmen. Spieler des Monats bekannt gegeben. Ja, wer? Oh, es ist ein Datenspiel gegen Mexiko. Ja, ne. Will ich nicht. Confederation Cup mach ich nicht. Will ich nicht. Leon Goretzka. Konfederationspokale. Das will ich nicht machen, du. Das will ich nicht machen. Nein, nein. Ja, ich beende jetzt das letzte Mal. Let's play mal hier. Und... Ja. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Viel Spaß bei den neuen Let's Plays, die kommen werden. Der Dallend Rip-Tal ist auch bald zu Ende. Da kann ich euch versprechen. Geht noch eine Woche. Und jetzt muss ich mal die neuen Projekte aufnehmen. Und dann geht Seru Kitsuki wieder los. Was es wird, sag ich noch nicht. Nochmal danke fürs Zuschauen. Einen wunderschönen Tag noch. Tschüss. 6, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 7. X, Y, Z, yeah. Ja.